So, hallo liebe Gänseblümchen, nein liebe Zuschauer, ähm, ich habe einen Kalender von 2017 und ja, also vor zwei Jahren, da brauche ich jetzt noch mal, uralt, und den schrauben wir jetzt mal, also was schrotten, mehr gesagt, Schredder, so. So, bisher habe ich aber auch Papier, äh, hier gemacht, also, was er gestrebt hat, das sieht dann so aus ungefähr, ähm, ich habe wieder mein Handy bereit, dass ich jetzt sehe, was ich da genau filmen, eigentlich ziemlich praktisch, ich schaue den Ton an, habe ich den schon, ja, und dann werfen das Ding da mal rein. Ähm, ja, äh, hey, witzig, äh, bekannt zu sein, das hier. Ja, da kommen die ganzen Schnipsel von dem, ähm, von der CD-Mail raus, lecker, äh, egal, auch man, es ist wieder Sauerei, ach, egal, so, ich bin ja kein Memme, so, was machen wir, bei der Karte rein, und dann, noch sieht es so aus, also übliche EC-Karte, also von der Optik her halt, EC-Karte, ein bisschen härter, ach, ihr wisst ja wie es ist, auf jeden Fall, mal gucken, wie es danach aussieht. So, ist es fertig. So, jetzt mal gucken, wie es aussieht. Ähm, ja, also, man kann es ja zusammensuchen, wo auch irgendwo die jetzt hin ist, das hier, das hier, möchte es hier, ach, wo ist denn jetzt, die Teile hier, sind alle von der Karte, alles tatsächlich in Kalender gewesen, nicht, dass ich da jetzt irgendwie, nein, als ob ich da jetzt, weiß ich nicht, meine EC-Karte, bin ja ziemlich bescheuert. Auf jeden Fall, ja, habt ihr jetzt auch mal gesehen, wie ich vor es da funktioniert, als würde es mal das nicht, ne? Ach, ist auch egal, ähm, ja, sollt euch ein ganz kurzes Video geben. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.